Ein SUV-Liebhaber hat sicherlich Interesse an diesem Land Rover. Ein Dieselmotor und eine Automatik sorgen dafür, dass Sie mit diesem SUV gut vorankommen. Auf der Zubehörliste dieses Autos finden Sie unter anderem eine Klimaautomatik, einen Regensensor und Zentralverriegelung. Möchten Sie mehr über dieses Auto wissen? Dann kontaktieren Sie uns für eine Probefahrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017